Von Benutzer eingegebene Daten müssen überprüft werden. Das steht ja völlig außer Frage. Wir können sie nicht einfach blind benutzen. In diesem Video werden wir uns mit Validatoren und Validatorenansätzen bei Java Server Faces auseinandersetzen. Wir werden klären, welche Ansätze es gibt und wir schauen uns an, wie wir deklarativ eine Validierung durchführen können. Lassen Sie uns zunächst darüber reden, wo wir Eingaben überprüfen, also validieren können. Da gibt es nämlich ganz verschiedene Ebenen, zum Beispiel das UI, also die Frontend-Logik selber. Es ist aber genauso denkbar, dass wir das Ganze auf Ebene der Geschäftslogik oder auf Ebene der Datenlogik implementieren. Natürlich ist es auch möglich, das Ganze auf dem Model, also den Backing Beans, also den Komponenten, die die Daten selber halten, umzusetzen. Java Server Faces unterstützt die Überprüfung auf Ebene von UI, also Frontend und per sogenannter Beans Validation, die auf dem Model greift. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eigene Überprüfungen zu implementieren. Auf Ebene des UIs gibt es einige schon vorhandene eingebaute Validatoren, die wir einfach innerhalb von Elementen platzieren. Da gibt es zum Beispiel den Validate Double Range Validator. Da wird der eingegebene Wert als ein Double-Wert aufgefasst und muss sich in einem bestimmten Bereich befinden. Validate Length, da wird der Wert als Zeichenkette aufgefasst und muss eben eine bestimmte Länge haben. Validate Long Range, da wird der eingegebene Wert als numerischer, ganzzahliger Wert aufgefasst, der sich in einem bestimmten Wertebereich befinden muss. Validate DragX erlaubt es uns, den Wert als eine Zeichenkette aufzufassen und dann gegen einen regulären Ausdruck zu prüfen. Validate Required sorgt dafür, dass das Feld nicht leer sein darf. Und wenn uns das alles nicht reicht, können wir über Validator selber einen eigenen Validator anbinden. Das ist dann eine Klasse, die das Interface Validator implementiert. Wenn so eine Überprüfung fehlschlägt, dann möchten wir den Benutzer natürlich darüber informieren. Und wir können die Fehlermeldungen, die dann auftreten, per Message oder Messages Element ausgeben. Message bezieht sich dabei stets auf ein bestimmtes Element und wird in aller Regel dort auch in der Nähe dann notiert werden. Und Messages bezieht sich auf eine Gruppe von Elementen, beziehungsweise alle Fehler, die nicht irgendwo anderweitig ausgegeben worden sind. Das Ganze kann dann so aussehen, wie hier dargestellt. Das heißt, wir haben ein Messages Element am Kopf. Da haben wir dann noch die Eigenschaft Global Only. Die wird gesetzt auf True, um zu verdeutlichen, dass nur die Fehlermeldungen angezeigt werden sollen, die eben nicht einem bestimmten Element zugewiesen sind. Und wir haben bei einem Element die Ausgabe einer spezifischen Fehlermeldung. Was da von Haus aus ausgegeben wird, sind Standardfehlermeldungen. Die können wir dann anpassen und man kann sich das nachschauen. Es gibt die Möglichkeit herauszufinden, welche Schlüssel standardmäßig verwandt werden. Und die können wir in der eigenen Ressourcendatei verwenden und damit die Fehlermeldung überschreiben. Zu dem Zweck würden wir unsere Ressource in der Faces-Config-Datei registrieren und wenn sie dann bekannt gemacht worden ist, dann wird sie verwendet. Wir können darüber hinaus die Daten im Code überprüfen. Es gibt eine Methode, die man im Controller oder in der Backing Bean definieren kann. Das ist eine Validator-Methode. Diese muss eine bestimmte Signatur haben und dann haben wir dort die Möglichkeit, eine eigene Logik zu implementieren. Die ist allerdings wirklich nur für die JSF-Ebene zu verwenden und deswegen eigentlich nicht sinnvoll geeignet. Wir werden uns nun einmal damit auseinandersetzen, wie wir mit den Standard-Validatoren Überprüfungen vornehmen können. Wir werden 1-2 Felder als Pflichtfelder markieren und wir werden das Format bzw. die Wertebereiche von Feldern dann entsprechend überprüfen lassen. Wir befinden uns hier in der Datei index.xhtml. Das ist die Datei, in der unser Kontaktformular als solches definiert ist. Und wenn wir hier etwas nach unten scrollen, dann werden wir früher oder später auf beispielsweise die Eingabe des Nachnamens, des Vornames und der E-Mail-Adresse stoßen und das werden durchaus Stellen, an denen wir darüber nachdenken könnten, eine Validierung vorzunehmen. Damit so eine Validierung vernünftig stattfinden kann, benötigt so ein Element für die Ausgabe der Fehlermeldung immer eine ID. Und wenn es sich wie hier um ein Pass-Through-Element handelt, dann bin ich gut damit beraten, die ID als eine serverseitige ID zu notieren, indem ich das entsprechende Präfix voransetze. Wenn ich das gemacht habe, kann ich per jsf-required sagen, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt und kann dann mit Hilfe eines h-Message-Elementes und dessen Voreigenschaft auf genau diese ID wieder verweisen, die ich gerade definiert habe. Hier ist es wichtig, auf Groß-Kleinschreibung zu achten. Ein kleines n bei Last-Name würde an der Stelle die Nachricht für dieses oben drüber stehende Feld schlichtweg nicht ausgeben. Ich kann ebenfalls die Required Message angeben. Das ist die Nachricht, die ausgegeben wird, wenn dieses Feld nicht befüllt ist. Und hier kann ich jetzt einen Text reinschreiben, zum Beispiel, bitte geben Sie einen Nachnamen an. Jetzt kann ich hier weitere Überprüfungen hinzufügen. Zu diesem Zweck öffne ich dieses Feld einmal und kann jetzt hier mit einem F validate length, Validator, arbeiten und kann sagen, Minimumlänge ist ein Zeichen, Maximumlänge für den Nachnamen könnten 50 Zeichen sein. Diese ganzen Informationen kann ich jetzt im Grunde auf das nächste Feld übertragen, nämlich auf den Vornamen. Ich muss bloß den ID-Wert noch mit angeben. JSF-Doppelpunkt-ID, First-Name, die Fehlermeldung muss ich natürlich noch anpassen und auch das Message-Element bezieht sich an der Stelle auf das Element mit dem Namen First-Name. Genauso kann ich jetzt beim Input-Text-Element vorgehen. Das Element benötigt eine ID und das Required-Attribut mit dem Wert True. Nun widmen wir uns dem Eingabefeld für das Alter. Hier machen wir ebenfalls ein Pflichtfeld draus, indem wir ein ID-Attribut setzen und indem wir das Required-Attribut mit dem Wert True setzen. Darüber hinaus lassen wir den eingegebenen Wert überprüfen mithilfe eines Validate-Long-Range-Validators. Minimal muss ein Alter von einem Jahr eingegeben werden. Maximal darf es der Wert 149 sein. Einen eventuell aufgetretenen Fehler geben wir natürlich auch mit aus, indem wir das entsprechende Message-Element mit hinzufügen. Und ganz am Ende wollen wir auch, dass der Benutzer eine Nachricht mit hinzufügen muss. Deswegen wird auch dieses Feld ein ID-Wert bekommen und das Required-Attribut mit dem Wert True. Und wir werden natürlich mithilfe des Message-Elementes die entsprechende Fehlermeldung dann auch ausgeben. Damit haben wir die Umgestaltung und die Validierung unseres Kontaktformulars abgeschlossen und können uns nun das Ergebnis in Aktion ansehen. Und wenn wir nun unser Formular abschicken, dann werden wir sehen, erstens kommen wir nicht auf die Ergebnisseite und zweitens sehen wir die von uns angegebenen Fehlermeldungen beziehungsweise die Standard-Fehlermeldungen unterhalb der entsprechenden Formularfelder angezeigt. Diese Fehlermeldungen jetzt wirklich etwas schicker zu machen, erfordert nicht viel Aufwand. Wir machen das, indem wir einen Rechtsklick auf unser Projekt machen und dann New Package aus dem Kontextmenü auswählen und hier ein neues Package angeben. Wir nennen das Package Training.Messages und klicken auf Finish. Jetzt führen wir einen Rechtsklick auf dieses Package aus und wählen aus dem Kontextmenü New Ava aus und suchen hier den Wizard für eine Datei, für ein File. Klicken auf Next und geben jetzt den Namen Errors.Properties an. Wir legen also eine Properties-Datei an. Innerhalb dieser Datei müssen wir nun Name-Wert-Paare anlegen. Und diese Name-Wert-Paare beinhalten dann die Fehlermeldungen. Ich habe das schon mal vorbereitet, sodass ich es jetzt hier nur noch reinkopieren muss. Das Format ist eigentlich sehr, sehr einfach. Zunächst einmal haben wir den Schlüssel. Dieser Schlüssel ist vorgegeben. Das kann man sich im Internet auch zusammensuchen, wenn man mal nach JSF Custom Error Messages oder sowas sucht. Und dann geben wir den Wert ein, also den textuellen Wert, der mit diesem Schlüssel assoziiert ist. Und das ist dann halt der Wert, den wir ausgeben wollen. Und beim Long Range Validator gibt es diesen Unterschlüssel Not in Range. Und der ist der, der ausgegeben wird, wenn sich ein Wert halt nicht in einem Wertebereich befindet. Und hier verwenden wir dann Platzhalter, um diesen Wertebereich mit Minimum- und Maximumwerten entsprechend dann auch auszugeben. Beim Required-Attribut von den ganz normalen UI-Elementen heißt der Schlüssel java.x.faces.component.ui.input.required. Und auch hier können wir einfach einen Wert zuweisen. Hier gibt es allerdings nicht die Möglichkeit, mit Platzhaltern zu arbeiten. Diese Properties-Datei, diese Message-Resourcen, die wir jetzt hier gerade definiert haben, müssen wir dann noch bekannt machen. Und zwar machen wir das innerhalb von Web-Content im Unterordner Web-Info. Dort gibt es die Datei faces-config.xml. Und die öffnen wir einmal und öffnen den Knoten Application. Wir führen jetzt hier einen Rechtsklick auf Application aus und sagen New Message Bundle und können jetzt unsere Errors.properties einfach auswählen. Das Ganze wird dann gespeichert und wenn wir die Applikation jetzt neu deployen und nochmal ausführen, dann bekommen wir jetzt unsere benutzerdefinierten Fehlermeldungen statt der Standardfehlermeldungen angezeigt. Auf die Art und Weise können wir das halt anpassen. Die von uns per Required Message angegebenen Fehlermeldungen, die bleiben weiterhin bestehen. Also für den Nachnamen und den Vornamen gilt das. Was wir allerdings noch nicht behandelt haben, ist, wenn wir zum Beispiel einen ungültigen Nachnamen angeben. Also wenn ich das jetzt hier einfach mal mit ein paar Zeichen zu viel fülle, dann greift hier der Length-Validator, den wir beim Vor- und beim Nachnamen hinterlegt haben. Und hier gibt es weiterhin die Standardfehlermeldung. Die könnten wir dann in der Errors.properties auch noch anpassen. Wir müssten uns halt nur den passenden Schlüssel dafür raussuchen. In diesem Video haben wir uns damit befasst, wie wir für bestimmte Felder, egal ob es sich um Pass-Through-Elements oder um normale JSF-Komponenten handelt, eine Validierung ermöglichen können. Wir wissen, dass wir immer eine serverseitige ID benötigen. Es gibt das Required-Attribut und es gibt das Required-Message-Attribut, das wir ganz bewusst gesetzt haben. Mithilfe eines H-Message-Elementes können wir für bestimmte Felder, ausgedrückt über dessen Vor-Attribut, die Fehlermeldung ausgeben. Wir haben darüber hinaus zwei Validatoren direkt eingesetzt, nämlich den Validate-Length-Validator, der die Zeichenkettenlänge überprüft und beim Alter den Validate-Long-Range-Validator, der entsprechend die eingegebene Zahl überprüft. Weiterhin haben wir die Fehlermeldung, die ausgegeben werden, angepasst. Zu diesem Zweck haben wir eine Arrows.properties-Datei angelegt und haben diese dann in der faces-config XML-Datei hinterlegt als ein Message-Bundle. Und auf die Art und Weise haben wir sichergestellt, dass wir sowohl festverdrahtet im HTML-Code Fehlermeldungen hinterlegen können, das machen wir mit Required-Message, als auch, dass wir eigene Fehlermeldungen hinterlegen können und haben damit eine Lösung für ganz häufig auftretende Probleme geschaffen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020